Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich hatte euch versprochen, dass wir ein Update-Video machen zum Thema M2-Kühler mit verrückten Konstruktionen. Gute und schlechte M2-Kühler. Wir haben heute mal wieder vier Kandidaten, die es in sich haben werden. Von komischer Verpackung und komischen Logos zu viel RGB und einem halben CPU-Kühler. Dieses Video wird präsentiert von Corsair und den neuen RMX Shift 80 Plus Gold Netzteilen. Mit diesem ATX 3.0 zertifizierten Netzteil hat Corsair aber wieder bewiesen, dass auch nach sehr langer Zeit noch interessante und innovative Entwicklungen bei Netzteilen möglich sind. Die Kabel werden auf der Seite des Netzteils angeschlossen und ermöglichen nicht nur ein besseres Kabelmanagement, sondern auch die Möglichkeit, nachträglich ganz bequem neue Kabel anzuschließen. Und was Kabel betrifft, ist natürlich alles vollmodular und es liegt sogar ein 12-Volt-High-Power-Kabel zum Beispiel für RTX 40 Karten bei. Falls ihr euch Sorgen um die Kompatibilität macht, findet ihr in der Beschreibung eine Liste mit über 450 kompatiblen Gehäusen. Die Netzteile gibt es aktuell mit 750, 850, 1000 und 1200 Watt Leistung. Mehr Informationen findet ihr über den Link in der Beschreibung. Grundsätzlich gleiche Testbedingungen wie beim letzten Mal. Wir haben hier wieder unsere Corsair MP600, also eine PC-Express 4.0 SSD. Wir haben das gleiche Setup hier, ein Z790 Board mit einem 13600K, was für diesen Fall natürlich keine Rolle spielt. Wir verwenden wieder die iGPU, einfach damit wir hier Platz haben, um verschiedene Kühler zu testen und dann auch keinen zusätzlichen Luftstrom von der Grafikkarte auf den Kühler haben. Wir starten mit diesem schönen Teil. Ein Lonkinson. Kann man das noch deutscher aussprechen? Lonkinson? Keine Ahnung. Auf jeden Fall M2-Kühler. Oder sollte ich es vielleicht doch irgendwie Asus ROG M2-Kühler auf Wish bestellt nennen? Gut, wir haben es auf AliExpress bestellt, aber ja. Kleiner Kühler dran. Ein ROG-Logo. Ich meine, okay, man hat das Auge kopiert. Warum da nicht den richtigen Schriftzug? Warum macht man dann irgendwie so ein... Keine Ahnung. Das ist schon wieder ganz verrückt. Montage von der SSD kann ich jetzt sagen, wird auch schon wieder Next Level beschissen. Wir haben einfach hier eine Aluplatte, so irgendwie 0,5 mm dick und ich vermute mal, dass man darauf die SSD installieren soll. Ist auch keine Anleitung dabei, aber die kann man hier so reinsliden. Ist mit einer Hand manchmal so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall kann man die reinschieben und dann liegt die da irgendwie so drin. Das hat ja gut funktioniert. Jetzt kann man das sehen. Die liegt hier so drin und dazwischen soll irgendwie die SSD hängen bleiben. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon wieder ganz komisch. Ich habe jetzt zumindest mal die SSD mit den zwei Pads drin und jetzt muss ich irgendwie versuchen, das hier rein zu fummeln. Das ist halt wirklich... Also ich habe keine Ahnung, wie man sich das gedacht hat, weil reinsliden ist da nicht mehr. Da ist halt einfach gar kein Platz mehr. Das ist schon wieder... Da war ich auf jeden Fall schon mal wieder sehr erfolgreich. Gerade als ich es zusammengedrückt habe, ist hier oben auch noch dieses Acrylteil hier gesprungen. Ist jetzt nicht so wild, aber ich habe online dann nochmal auf der AliExpress-Seite nachgeschaut, vor allem in den Bewertungen. Und in den Bewertungen sind ein paar dabei, die sagen, dass nach ein paar Tagen einfach sich die SSD abgelöst hat, weil es halt... Es ist ja nicht fest. Es hält halt einfach nur irgendwie an dem halb klebenden Wärmeleitpad, das halt nicht wirklich klebend ist, sondern einfach so minimal sticky. Und ja, anscheinend, wenn es warm wird, dann fällt es ab, weil das hinten... Ich weiß nicht, wie die sich das gedacht haben. Ich habe das Gefühl, dass es wieder für eine einseitig bestückte SSD ausgelegt. Wir haben hier eine doppelseitig bestückte SSD und dann passt das halt noch wesentlich schlechter. Na ja, schauen wir mal. Okay, jetzt kommt das Geilste. Haltet euch fest. Wir haben hier ja unseren 5 Volt ARGB-Stecker. Und ich habe mich auch schon gefragt, wie der Lüfter angesteuert wird. Und jetzt kommt's. Genau. Der Lüfter läuft über den RGB-Stecker und mein System ist aus. Das heißt, die SSD läuft einfach immer. Euer System ist aus. Standby-Saft ist da. Der Lüfter läuft perfekt. Geniales Design. Irgendwas hört sich hier komisch an. Es leuchtet, aber es macht ein ganz, ganz komisches Geräusch. Ich weiß nicht, ob da gerade irgendwas abbrutzelt oder ob der Lüfter ein Problem hat. Okay, der Lüfter hat irgendein Problem. Also wenn ich den anhalte, dann ist es leise. Ich habe mir gerade schon echt kurz Sorgen gemacht. Das spricht natürlich absolut für die Qualität dieses Produkts. Lagerschaden nach 30 Sekunden. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wie beim letzten Mal machen wir wieder Crystal Disk Mark insgesamt 27 Runs. Also dreimal die neuen Tests sequenzier lesen, schreiben und dann schauen wir uns die Temperatur danach an. Als Referenz haben wir wieder die MP600 komplett ohne Kühler. Das ist die obere blaue Linie und wie wir hier sehen, ist nach nicht mal einer Minute Last eine Peak-Temperatur von etwa 70 Grad Celsius zu sehen. Also ungekühlt kommt es damit schon innerhalb von kürzester Zeit zum Leistungsverlust. Die gelbe Linie ist die Gigabyte AOS Masterkühlung. Hier muss man im Hinterkopf behalten, dass die Masse des Kühlkörpers einfach enorm groß ist und somit grundsätzlich sehr, sehr viel puffern kann. Deswegen sehen die Temperaturen damit auch sehr, sehr gut aus. Der Long Key Son M2 Kühler mit aktivem Lüfter, das ist die hellgrüne Kurve, erreicht nach 5 Minuten Last 70 Grad Celsius und das trotz Lüfter. Stecken wir den Lüfter übrigens aus und das ist die dunkelgrüne Kurve, sehen wir die 70 Grad Celsius bereits nach 3 Minuten Last. Also dafür, dass der Long Key Son M2 Kühler einen Lüfter besitzt, ist die Kühlleistung wirklich nicht gut. Und spätestens ohne Lüfter würde ich sagen, es ist einfach absolut unbrauchbar. Der nächste Kühler könnte tatsächlich ein Kühler sein, hat auf jeden Fall einen sehr guten Namen und zwar M.2.3. Perfekt. Und auf den ersten Blick großes Ding und da könnte ich mir zumindest mal vorstellen, wird ja auch verschraubt von den Bildern her. Ist zwar riesig, aber könnte dafür gut performen. Der sieht ja echt, der sieht ja echt gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also zumindest mal von der Oberfläche und her allem. Man muss auch sagen, es sind drei unterschiedliche Wärmeleitpads dabei. Das heißt, wir können auf jeden Fall unterschiedliche SSDs abdecken. Also auch so eine, die doppelt bestückt ist. Irgendwie sieht das auch so ein bisschen aus wie ein CPU-Kühler. Ähm, ich weiß nicht genau, was gerade passiert ist. Aber also die CPU im Gaming, die taktet sich vielleicht minimal runter bei 5,1 GHz Peak. Kein Problem. Also wenn euch mal so spontan gerade ein CPU-Kühler fehlt und ihr denkt, ja, aber nehmt zwei Kühler so einen guten, habe ich noch rumliegen. Ja, gar kein Thema. Also mal kein Witz, ich habe den halt wirklich einfach drauf gestellt mit Wärmeleitpaste. Das Ding performt ja mal richtig. Könnte so gefühlt auch der kleinste Tower-Kühler für CPUs der Welt sein. Ey, ich bin echt überrascht und ich habe den ja, also wie gesagt, ich habe den drauf gedrückt. Der ist nicht angeschraubt oder sowas. Würde man den runterschrauben? Vielleicht nochmal drei, vier Grad mehr. Da geht natürlich mächtig was ab, temperaturtechnisch dahinter. Not bad. Klar, die CPU läuft ja mit 100 Grad Celsius absolut am Limit. Aber wir führen mit dem Kühler einfach 70 Watt ab. Also ihr seht es, ich habe das gerade mal kurz resetet, damit wir einen guten Durchschnitt sehen. Zwei Minuten lang über 70 Watt führt das Ding ab. Und wenn wir hier Core Clock schauen, der geht zwar auch hoch und runter, ey, aber 4,2 Gigahertz. Das ist vielleicht nicht Maximum hoch. Damit könnte man tatsächlich zocken. Krass. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Also M.2 SSD ließ sich hier easy einbauen. Größentechnisch ist das vielleicht jetzt nicht das Richtige für jedes System, ja. Hat auf jeden Fall auch Potenzial mit Grafikkarten zu kollidieren. Abgesehen davon blockieren wir zumindest mal mit dem Lüfter hier den PC-Express-Lot. Also schon sehr, sehr speziell. Der GeoShark performt wie erwartet extrem gut. Im letzten Video war der Elec Gear M2 2280 der stärkste Kühler im Test und ist hier mit einer roten Linie dargestellt. Der GeoShark, also die hellblaue Linie hier ganz unten, übertrifft diese Leistung nochmal ein gutes Stück. Und hält die SSD auch unter Last durchgehend bei 35 Grad Celsius. Klar, extrem großer Kühler, aber dafür auch extrem große Kühlleistung. Vom extrem guten Kühler weiter zu einem, bei dem ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin. Also wenn wir uns das Bild anschauen, dann hat er gefühlt mehr Kunststoff zum Leuchten als irgendwie Alu, um Wärme abzuführen. Trotz, dass sie mit Excellent Heat Dissipation, Lightweight und Slim Design werben. Ich bin gespannt. Wir haben hier immerhin mal eine Anleitung dabei, das ist schon mal ganz gut. Ansonsten haben wir unterschiedlich dicke Wärmeleitpads, auch das ist gut. Das heißt, wir können verschiedene SSDs in der Theorie installieren. Wir haben hier unten diese Basisplatte, da muss ich die Folie noch abziehen. Und ansonsten haben wir hier oben das, was wir schon auf dem Bild gesehen haben. Relativ interessanter, ich sag mal Alu-Strangus-Teil. Und da drin liegt hier irgendwie dieses Beleuchtungsding. Sieht mir nach einer potenziellen Hotbox aus. Zusammenbau war tatsächlich ziemlich smooth. Kurz die Pads drauf, außen verschraubt, easy. Es leuchtet immerhin schön, ich habe jetzt zwar keine Farben aktiv, weil ich auf diesem System keine Gigabyte Software gerade drauf habe. Aber leuchten tut es zumindest mal schön. Der Glint-Kühler von Gelit sieht auf den ersten Blick im Chart, und das wäre die orangene Linie in der Mitte, eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das liegt aber einfach an der etwas größeren Masse des Kühlers verglichen mit den anderen. Dadurch braucht der Kühler einfach ein bisschen länger, um warm zu werden. Aber wenn das Teil mal warm ist, dann bleibt es auch warm. Und dann kann man ehrlich gesagt nicht mehr von Kühlleistung sprechen. Hotbox ist hier einfach angesagt. Und spätestens am Ende der Last, da sieht man, dass einfach gar keine Abkühlkurve vorhanden ist. Also wenn das Ding mal warm ist, dann bleibt es einfach warm. Unser letzter SSD-Kühler für heute ist der Jey Finscold M.2 SSD Radiator. Zumindest mal auf dem Bild sieht es ziemlich nice aus. Wir haben auf jeden Fall schon mal Wärmeleitpads in verschiedenen Farben, verschiedenen Dicken. Das sieht interessant aus, aber ich denke mal, würde auf jeden Fall jede SSD kompatibel machen. Der Kühler sieht wirklich schön aus. Also jetzt mal wirklich rein optisch vom Finish. Schön gefräste Alu-Körper, Kupferfinnen oben drauf. Das macht echt einen guten Eindruck. Ist natürlich von der Ausrichtung her, ich sag mal, ein bisschen unvorteilhaft, weil die Finnen nach außen geöffnet sind und wir jetzt hier keinen Luftstrom haben. Aber tendenziell ist auf jeden Fall die Oberfläche sehr groß. Und ansonsten, Installation hat super funktioniert. Also alles mit den Pads und Schrauben und so weiter, alles super. Die Kühlleistung des Finscold hat mich wirklich überrascht, aber negativ. Denn wir sehen hier einfach das Resultat unseres Testaufbaus. Denn wir haben letztendlich hier gar keinen Airflow und die Finnen bei diesem Kühler, die sitzen einfach sehr, sehr eng. Und ich denke, bei dem Aufbau, den wir haben und der Orientierung vor allem, da kommt einfach nichts durch. Und deswegen performt das Ding zumindest mal in diesem Testaufbau ungefähr so wie der Gelid Glint. Also nicht wirklich gut. Andererseits bin ich mir sicher, dass wenn da ein bisschen Airflow durchgeht durch diese Finnen, die Temperaturen wirklich deutlich besser sein müssten. Der Lonkey Sonnenkühler hat auf jeden Fall absolut abgeliefert. Mal abgesehen davon, dass es mit Sicherheit nicht offiziell lizenziert ist, dass die da das ASUS Logo draufdrucken dürfen. Ich meine, das ROG Logo ist ja auch ganz, ganz komisch. Ist es interessant zu sehen, wie schlecht so ein Kühler abschneiden kann, der einen aktiven Lüfter hat. Man denkt dann, der muss auf jeden Fall viel krasser performen als andere Kühler, weil der dann Lüfter drauf und der hat einfach deutlich schlechter abgeschnitten als Kühler, die wir letztes Mal hatten, die ohne Lüfter ausgeschaltet waren. Mal abgesehen davon, dass einfach krass der Lüfter wirklich nach 10 Minuten Einsatz direkt einen Schaden hat und irgendwie anfängt zu rattern. Also top Qualitätsprodukt. Das Gelid Teil, das ist halt einfach ein optisches Ding. Also wenn man da, ich sag mal eine Nicht-Generation 4 M2 SSD mit verwendet, dann ist es wahrscheinlich egal, wenn man nur zockt. Aber das ist halt rein optisch, hat mit Kühlung gar nichts zu tun. Das Teil ist kühlungstechnisch eigentlich gar nicht schlecht, denke ich. Aber da braucht man halt einfach Luftstrom und ohne Luftstrom ist es zwar schön viel Oberfläche, aber da passiert nichts. Zumindest mal in dem Aufbau, wie wir es verwendet haben. Und hier, die haben halt einfach einen Miniatur-CPU-Kühler auf einer M2 SSD gepackt. Das war eigentlich auch ganz witzig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir werden auf jeden Fall nochmal einen Follow-Up machen. Ich warte gerade noch auf einen Kühler, der noch ankommen müsste, der sehr, sehr special ist. Dann machen wir nochmal so ein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 Ci we get to know you last Tag. I would've never made manyresp 변Slice- White desserts.